Im Januar 2012 habe ich angefangen, für euch hier auf diesem Channel Videos zu drehen. Damals war es einfach nur, um etwas rumzublödeln. Sind doch eh nur ein paar dumme Ideen, ich kann doch eh nicht schauspielern oder schneiden oder sonst irgendetwas. Ein halbes Jahr später konnten wir zusammen schon einen Meilenstein feiern, denn plötzlich waren wir auf einmal 10.000. Aber das auch nur, weil wir auf Apple War Pictures mittlerweile schon über 100.000 waren. Schauspielern kann ich bis heute noch nicht, aber das ist auch nicht nötig, um euch mit dem zu begeistern, was mich bewegt. Bei euch kann ich ich sein. Völlig ungeschminkt. Ganz egal, ob ich euch gerade Witze erzähle, oder ob ich euch betrunken auf meine Festivals mitnehme, oder ob ich mich über irgendetwas aufregen muss, oder einfach mal Mitleid brauche, wenn mich gerade mal wieder eine Freundin verlässt. Irgendeiner von euch hat immer das richtige Wort. Irgendwann wollten wir von Apple War Pictures auch unseren preislichen Nutzen von YouTube ziehen. So ist das nun mal. Mal sind wir Helden und mal Diebe. Vielleicht ist auch das der Grund, warum es Apple War Pictures nicht mehr gibt. Aber wir scheißen drauf, weil wir noch Freunde sind. Was ich euch mit diesem Video sagen wollte ist, jeder von euch ist mir wichtig. Ich habe über die ganzen Jahre alles von euch behalten. Jede Zeichnung. Jeden Brief. Danke. Vielen Dank an das Richard Riemerschmidt Berufskolleg in Köln für die Zurverfügungstellung der Aula. Jah. Vielen Dank.